Ich bin hier echt der Blödmann für alle. Es tut mir leid, aber du warst jetzt gerade wieder Lückenvöller. ... vom E-Cannenberg Ball 2019. Von der Interessegemeinschaft ECOV Berlin Brandenburg. Gibt es eine Abkürzung für? G-E-M-B-B. Das Team Blauheil. Mit dem wunderschönen Ioniq. Nein, das ist nicht mehr blau, sondern das ist das Neue. Ja, das nennt man das sogenannte Doofheitsblau. Das hindert einen am richtigen Abfahren. Trotz guter Zeit. Und dann kommen wir halt 36 Minuten später ins Ziel, weil man bei Ikea im Notmodus nochmal aufladen muss. ... 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